Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen heute fünf Minuten später. Es gab eine kleine Verzögerung mit dem Start von Zoom. Nichtsdestotrotz, wir sind hier. Wir schauen auf die Märkte. Kandolar, Schweizer Franken, britisches Fund, Kandolar und Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Habe ich heute auf der Uhr. Wir schauen auf den DAX. Der ist nach der Einigung wie beflügelt. Also nach der Einigung auf unserem EU-Gipfel hier zum Thema der Förderung, Aufbaufonds oder wie man es nennen möchte, nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise. Das verleiht dem DAX ordentlich Dynamik. Das schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, Ton und Bild sind gut. Auch auf Zoom. Da sollte man jetzt meinen Bildschirm sehen können. Ton sollte auch rüberkommen. Zumindest ist das das, was bei mir hier angezeigt wird. Das heißt, wenn da nichts zu hören ist, bitte kurz einen Augenblick und danach können wir das direkt noch ändern. Wir machen weiter hier mit dem Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Und in der Zwischenzeit bekomme ich schon die Info, dass der Ton okay ist. Wunderbar. Das ist ein Träumchen. Wir machen weiter mit den Tagesnachrichten. Auch heute die Uhr auf der Tag- oder das, was wir auf der Uhr haben, ist nicht wirklich viel. Da gab es aus Japan stagnierende Verbraucherpreisindex. Wir haben das Protokoll der geldpolitischen Sitzung aus Australien bekommen. Das hat dann übrigens ordentlich Bewegung ins Währungspaar Austral-Dollar und Neuseeland-Dollar gebracht. Das schauen wir uns gleich mit an. Kanada bringt heute Nachmittag um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Und das war es dann schon am laufenden Tag mit wichtigen Nachrichten. Wir sehen es hier. Bundesbank-Vize spricht. EZB-Vize spricht. Und wir bekommen heute Abend um 22.30 Uhr wieder einen Einblick in den API-Rohöl-Lagerbestand. Das zu den planbaren Terminen sozusagen. Bitte auch immer bei den eigenen Währungspaaren schauen, was hier interessant ist. Ansonsten heute wie immer gerne auch ein bisschen Fenster offen für Wunschmärkte. Da sehe ich auch schon, Moin Holger, dass ein Währungspaar auch gewünscht wird. Britisches Fund, Schweizer Franken. Das sollten wir hinbekommen. Ganz klar. Deswegen machen wir hier nicht lang Federlesen, sondern gehen gleich mal rein in die Charts an sich. Hier an dieser Stelle bekommen wir kurz den Blick auf Euro. Euro tendiert weiter so ein bisschen nach oben. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie dieser Aufwärtstrend sich langsam nach oben, Stück für Stück entwickelt. Also das große Bild scheint sich so langsam umzudrehen. Kurzfristig, ich sage mal, durch diese Schwankungsbreiten muss man immer schauen, wie man in 3D vielleicht mal reinkommt. Aber wer das große Bild mit traden möchte, wir sind jetzt hier über einem wichtigen Level drüber gelaufen. Und wenn es hier über die Tageskerze von heute weitergeht, haben wir gute Chancen, erst mal hier oben reinzulaufen. In das kleine Zwischenhoch, was wir hier oben haben, wir sehen es hier knapp unter der Marke von 1.15. Und wenn dieses Level dann auch noch rausgenommen wird, wir sehen es hier, dann ist erst mal der Weg Richtung 1.15.70 frei. Da ist nach oben einiges an Luft. Wir blicken kurz noch in den DAX, weil wir wissen ja momentan oder mittlerweile, dass Euro, US-Dollar und DAX in die gleiche Richtung tendieren. Das heißt hier, der Blick in den deutschen Light Index, den haben wir hier mal im Stundenchat. Und da sehen wir, was hier an ordentlichem Schub nach oben kommt. Wir sehen es, die Marke von 13.000 Punkten ist nicht nur zurückerobert, sondern mit Karacho genommen worden. Und obendrauf jetzt sogar schon die Marke von 13.200 Punkten überschritten. Mit Blick ins große Bild zeigt uns das, der Widerstandsbereich, den wir hier gehabt haben, um die Marke zwischen 12.000, 9.000 und 13.000 ist jetzt wirklich rausgenommen. Gestern ging es drüber, heute der Bestätigungstag. Von der Seite her interessant zur Oberseite hin. Wir sehen es obendran, die nächsten Anlaufpunkte, das hatte ich ja schon mal avisiert, ist hier dieser kleine Bereich zwischen 13.430 und 13.560 Punkten. Hier, wo dieses kleine Gap auch oben drinnen ist. Das ist eine Marke, wo wir ranlaufen können und dann sind wir schon auf dem Weg aus technischer Natur hier nach oben Richtung Allzeithoch. Das ist der Blick in den DAX. Jetzt gehen wir zu den Währungen. Wie gesagt, ich habe die drei ganz klassischen Währungen wieder in den Handelsideen drin. Und dann habe ich noch eine Frage zum Fund Yen und wie schon gesagt zum Fund Schweizer Franken. Und die Währung nehme ich ganz klar auch gleich noch mit rein. Zuvor der Blick in die drei Handelsideen für heute nachzulesen. Übrigens auch in Tickmills täglichen Trading Ideen im Blog bei Tickmill. Austral, Neuseeland Dollar schauen wir uns zuerst jetzt einmal an. Und hier sehen wir, was los ist. Wir hatten hier vor geraumer Zeit eine dynamische Aufwärtsbewegung, dann eine leicht trendige Phase nach unten, aber nur minimal hier unten drunter gelaufen. Deswegen zeigt das Trend Tool hier den Abwärtstrend auch an. Aber wir sehen es. Hier oben hatten wir eine Latte drauf bei 1,0678 und die Worte sozusagen mit der australischen Notenbankssitzung nach oben weggenommen. Das heißt, der Markt strebt hier hoch. Und wenn man es so sehen möchte, haben wir jetzt direkt auch einen untergeordneten Aufwärtstrend in dem 4-Stunden-Chart. Kurz einen Augenblick. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Und zwar hier an diesem Punkt. Hier schaut es euch an. Einmal, das mache ich mal in grün mit der Linie hier. Also von unten nach oben. Zack, einmal dahin. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und wir sehen, der Trend ist jetzt sozusagen im 4-Stunden-Chart auch da. Heißt also an dieser Stelle, das Potenzial nach oben hin ist offen. Ich hatte es im Blog geschrieben, wenn das passiert und wir tatsächlich auch hier diesen Bereich oben rausnehmen, wäre der nächste Anlaufpunkt hier, dieser Verkaufsbereich im Abwärtstrend hier bei 1,0715. Und wenn das rausgeschoben wird, dann können wir uns stark nach oben orientieren. Das heißt, der nächste Anlaufpunkt, den wir hier haben, das wäre mal hier oben die Marke von 1,075. Und das schauen wir uns mal kurz noch im Tageschart an. Was hier ist an dieser Stelle, wir sehen es, hier haben wir den laufenden Abwärtstrend, der jetzt aktuell die Korrektur nach oben ausbaut. Aber wir sehen es auch auf Tagesbasis hier. Schub nach oben, Seitwärtskonsolidierung, Schub nach oben. Das ist ein Gegentrend, den wir jetzt hier schon haben. Und dieser Gegentrend hat natürlich Chancen, deutlich hoch zu laufen. Sehr, sehr spannend wird es dann wirklich hier bei 1,075. Nehmen wir das weg, haben wir hier Luft auf, ja, ich glaube, das ist sogar das Jahreshoch, was wir hier oben sehen, bei 1,088. Schaut, das ist dieser wichtige Bereich hier oben. Das wird sehr, sehr spannend. Das ist eine sehr delikate Situation, die wir jetzt hier haben. Und die sollte man sich durchaus auch mit anschauen. Für diejenigen, die reinkommen wollen, die nutzen gerne auch die untergeordneten Trendgrößen hier an dieser Stelle. Das heißt, wir schauen einfach mal kurz in den 15-Minuten-Chart. Dann sehen wir den letzten Schub hier schön nach oben laufen. Ich nehme den Zeitrahmen kurz mal raus. Und hier sehen wir es auch im kleinen Trenden. Der Trend, der hier nach oben läuft, der letzte Schub sozusagen. Und wer sich so ein bisschen nach der Trendtechnik orientieren möchte, der wartet einfach auf die Korrektur, wie es dann nach oben weitergeht. Das heißt, möglicherweise eine Chance aus der Korrektur heraus, wann die kommt, wo die kommt. Wir sehen es. Wir verharren hier in den letzten drei Stunden, drei 15-Minuten-Kerzen ein bisschen auf relativ hohem Niveau. Ich raffe es mal kurz etwas weiter zusammen hier an dieser Stelle. Wichtig wäre jetzt an diesem Punkt, was macht der Markt hier oben? Wir hatten es ja gesehen im 4-Stunden-Chart, dieser Bereich hier oben, die 1,0715, ist ein Verkaufsbereich. Da sind wir schon hier drüben ein paar Mal dran gelaufen und nach unten abgeprallt. Und das wäre jetzt wirklich interessant, wenn wir hier oben eine Korrektur sehen, was passiert unten am Ausbruchsbereich bei 1,069, kommt dort direkt Stärke rein, wäre das ein schönes Signal, die Oberseite mitzunehmen hier im Trading. Also hinschauen, das lohnt sich hier im Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar auf alle Fälle. Wir machen weiter mit dem Kandeller Schweizer Franken und danach gehen wir zu den britischen Währungspaaren über. Kandeller Schweizer Franken ist mittlerweile wieder in einer Range verortet oder mittlerweile wieder, immer noch eine ganze Weile schon. Hier sehen wir den Seitwärtslauf mal im 4-Stunden-Chart. Das Ganze mal noch mit Blick in den Tagesschart, da sehen wir einfach dieses Hin- und Herschwingen zwischen oben 0,73 und unten 0,69.1. Es geht hier weiter. Wir sind gestern unten reingelaufen, hier schön Abverkauf von oben nach unten in den Range-Bereich. Jetzt streben wir hier an dieser Stelle nach oben. Da wird man sich sagen, okay, und was nun? Wir sind momentan im Median. Was passiert am Median? Da müssen wir nur mal ein Stück zurückschauen hier, sozusagen in das, was wir hier drüben gesehen haben, vom Median. Oder was heißt Median? Wir haben hier einfach einen Drehbereich. Der Median liegt ein kleines Stückchen höher. Aber ich sage mal, dieser Bereich hier ist mit Sicherheit der Bereich des Medians, den wir da oben drinnen liegen haben. Und was wir hier gesehen haben, hier, da haben wir es drin stehen. Schaut, da ist ein Drehbereich. Und jetzt wird es im Kurzfristbereich erst mal sehr, sehr wichtig zu sagen, was passiert denn hier unten drinnen? Prallen wir wieder ab, dann werden auch kurzfristige Szenarien zur Unterseite, also Richtung unterer Range-Begrenzung, durchaus opportun. Gehen wir nach oben drüber, ist der Weg frei hier oben in das Zwischenhoch bei 0,70. Die Marke haben wir da. Weitere Stärke natürlich dann bis komplett hoch in den Widerstand, also auf den Deckel der Range oben drauf bei 0,70. 3. Kleiner Zwischenanlaufpunkt wäre dann zur Oberseite noch hier drüben zu finden an diesem kleinen Spike-Bereich, wo die Märkte immer mal kurz reingelaufen sind. Und dann wieder drunter die Marke hier von 0,70. 15. Also dann zwischen diesen beiden Limiten noch ein kleiner Wert. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn es nach unten geht, ist die Frage, wie lange hält die Range dem Druck von oben nach unten statt? Aktuell sehen wir, es funktioniert. Drehen wir hier jetzt allerdings schon wieder rum, genauso wie wir es hier und hier gemacht haben, dann wird es natürlich gut möglich sein, dass wir nach unten laufen. Und das schauen wir uns einfach mal an. Das kann man sehr, sehr schön am Trendverlauf erkennen. Wir haben ja hier unten, wenn man sich das mal anschauen möchte, kurz einen Augenblick hier, da trendet der Markt nach oben. Und wenn dieser Trend entsprechend rausgenommen wird, beziehungsweise sich hier ein Gegentrend bilden sollte, das wäre das erste Indiz dafür, dass der Markt doch eher abprallen möchte. Und von der Seite her die Unterseite mitbegehen. Und da hätten wir natürlich auf der Unterseite den Weg frei in Richtung des Supports bei 0,69,100. Und als Zwischenmarke, die wir hier drin liegen haben, für das Kleine, da können wir uns hier so ein bisschen orientieren. Schaut mal hier dran. Wenn wir hier unten drunter laufen, unter die 0,69, knapp 34, ist dieser Trend nach oben hin komplett rausgenommen. Laufen wir hier unten drunter, wissen wir, es gibt schon einen Gegentrend, also hier unten unter diesem Tief. Und dann haben wir die Chance eines Abreis auch da. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet, bis der Trend gebrochen ist. Aber die Chancen ergeben sich häufig halt schon früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm und dann kann man hier doch unter deutlich besseren Chancen-Risiko-Verhältnissen möglicherweise einen Rutsch nach unten auch mit reinnehmen. Das kann man hier durchaus so ein bisschen mit dem Timing steuern über die Zusammenarbeit der entsprechenden Zeiteinheiten. Ja, das wäre hier der Blick in Cannes-Dollar, Schweizer Franken. Und dann bleiben wir beim Cannes-Dollar, allerdings mit der Zusammenarbeit vom Fund, also britisches Fund, kanadischer Dollar. Der nächste Chart, den wir uns hier an dieser Stelle anschauen, mit Blick auch wieder in den 4-Stunden-Chart. Wir sehen es auch hier, oben liegt ein Deckel drauf bei 1,71,75. Da ist ein Drehbereich, da wollte der Markt bis dato nicht so richtig drüber. Wir haben es vor kurzem probiert, danach kam direkt wieder der Abprall zur Unterseite hin. Schauen wir uns das mal auf Tagesbasis an, da sehen wir auch, das ist ein wichtiges Verkauf-Level. Und hier ist die Chance da, wenn wir dieses Verkauf-Level tatsächlich nach oben rausnehmen, dass wir hochlaufen können. Wohin sehen wir schön im Tagesschart, deswegen habe ich hier den Tagesschart mal aufgemacht. Hier um die 1,73 wartet der nächste Verkaufbereich. Das heißt, da haben wir schön Dynamik nach oben offen und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch im 4-Stunden-Chart mit an. Da sehen wir nämlich eine interessante Situation, nämlich hier, schaut euch das mal an, das Verharren auf relativ hohem Niveau, knapp unter diesem letzten Zwischenhoch bei 1,71,5. Und wenn da der Ausbruch zur Oberseite hinkommt, dann haben wir hier einen kleinen richtungsführenden Aufwärtstrend hier aus dieser Seite. Moment, kurzen Augenblick. So, naja, ich mache es mal kurz ein bisschen dicker, ich glaube, da ist das dann besser erkenntlich. Ja, jetzt haben wir es. Schaut mal hier, das Trend im ganz Kleinen. Und wenn dieses ganz Kleine sich nach oben durchsetzt, dann kann aus diesem Kleineren was Größeres werden. Und das ist das Interessante, wenn das Verharren hier oben eine gute bullische Chance ist, geht der Markt nämlich hier oben drüber, nimmt die 1,71,75 raus und geht mit Attacke auf die 1,72 hier oben 0,74 das Hoch. Und wenn wir das rausgenommen bekommen, ist das genau die Situation, die ich gerade auf dem Tagesschart geschildert habe. Hier, dann fliegen wir hier oben drüber, über diesen Verkaufsbereich und dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen. Wie schon gesagt, nächstes Ziel 1,73, danach ist viel Luft nach oben. Da müssen wir aber später nochmal schauen, ob es überhaupt so weit kommt. Die Chancen haben wir allerdings auf alle Fälle da. Und damit gehen wir jetzt zu den Wunschmärkten an dieser Stelle. Ja, wir haben britisches Pfund, japanisches Yen. Ich habe hier die zwei Monitore rechts und links, wo Chats drauflaufen. Deswegen schaue ich hier immer rechts und links. Dann haben wir britisches Pfund, Schweizer Franken. Und dann kommt noch eine dritte Frage, eurojapanischen Yen. Den schaue ich mir natürlich auch noch mit an. Ja, die Info, dass die Maus besser zu sehen ist, danke nochmal für den Hinweis. Eurobritisches Pfund, gucken wir uns mal an. Divergenz im HC oder eher nicht. Ich weiß jetzt nicht, was HC ist, Holger. Was du damit meinst, bitte nochmal kurz eine Info geben, was das ist. Ich mache inzwischen mal den Chart britisches Pfund, japanisches Yen. So, das dazu und damit gehen wir rüber. Britisches Pfund, japanisches Yen. Wir schauen erst mal hier im britischen Pfund, japanischen Yen ins große Bild. Rein von der Verortung her zu sehen. Hier an dieser Stelle interessant. Wir sind hier über eine wichtige Marke drüber gelaufen. Schaut es hier oben. Das war der Kaufpunkt jetzt hier. Dieses kleine Zwischenhoch. Wir sehen es, der Markt ist hier schön nach oben auch getrendet. Sehen wir gut. Ich zeichne es mal ganz kurz noch mit ein. Also hier an dieser Stelle die Linie wieder rein. Hier, schaut mal. Hier, da hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Und jetzt sind wir schön von unten nach oben unterwegs. Es läuft quasi trendig nach oben. Nächster kleiner Punkt, den wir hier beachten sollten, wäre hier drüben dieser Drehbereich, den wir hier haben. Um die 1,36, 1,36, 1,35. Da gab es ein bisschen Abverkauf. Hier sehen wir, hier ist der Spike auch mal nach oben ran gelaufen. Aber ansonsten ist die offene Tür jetzt da. Wenn das kein Widerstand wird, dann ist der Weg nach oben frei Richtung 1,39. Und das sehen wir hier oben locker mal im 4-Stunden-Chat auch drinnen. Ich raffe den mal kurz etwas zusammen, damit wir es sehen können. Hier sehen wir, da auch schön, der Markt, wie er nach oben trendet, auch im größeren Bild. Hier unten hat sich schön so ein runder Boden gebildet. Und jetzt sind wir hier übers Zwischenhoch drüber gelaufen. Das heißt Trendfortsetzung. Und hier sehen wir auch schön, hier haben wir ein wichtiges Zwischenhoch. Hier, das ist der Verkaufsbereich, den ich da eingezeichnet hatte. Und wenn der hier den Weg gen Norden rüber geht, der Kurs, dann haben wir gute Chancen reinzulaufen. Mit Blick auf die kleineren Einheiten hier oben, da ist der nächste Anlaufpunkt mal die Marke von knapp 1,37,45. Das mache ich mal kurz hier magentafarben. Das wäre hier schön zu sehen aus diesem Abwärtsschub nach unten. Die Marke, wenn wir über 1,36 drüber gehen oder beziehungsweise hier 1,36, 1,36, 1,35. Und das mal so zu sagen. Das wäre dann der Weg quasi zur Oberseite. Und das bleibt wirklich sehr, sehr schön spannend. Und wir sehen auch, wie das Ganze trendet, wenn wir hier einfach mal kurz in den 15-Minuten-Start wechseln. Hier wunderbar, schöner Aufwärtstrend zu sehen. Schönes Schwingen nach oben. Und wie schon gesagt, jetzt kommt es drauf an. Möglicherweise sehen wir hier ein bisschen Seitwärtskorrektur. Wir sind in eine schöne Bewegung gelaufen. Kurzes Verharren unter dem Hoch da oben. Und dann Attacke zur Oberseite. Also, das Währungspaar britischer Fund, japanischer Yen, sieht aktuell sehr, sehr bullisch aus. So, jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nichts verpasse an Fragen. Nächster Wert wäre britischer Fund, Schweizer Franken. So, Fund, Schweizer Franken. Haben wir hier, erst einmal, der Blick sehen wir auch. Hier haben wir einen Deckel oben drauf gehabt. Wir schauen zuerst mal in den Tag aber rein, damit wir das etwas einordnen können hier an dieser Stelle. Und da sehen wir den Deckel. Wartet mal, ich nehme den mal ganz kurz mit. Hier, kurzen Augenblick. Zack, nehmen wir mal rüber. Also, hier oben, das ist der Bereich, wo immer ein bisschen gedreht wurde, wo der Markt zwischendurch nicht richtig drüber wollte. Aber den scheinen wir jetzt schön nach oben rausnehmen zu wollen. Was wir auch sehen ist, wir haben hier einen kleinen Boden mit drinnen. Das heißt, hier, schaut mal an dieser Stelle hier unten. Da in diesem Bereich hat sich so ein bisschen was wie ein Boden gebildet. Das sehen wir unten drunter gestochen, gleich wieder rauf, unten drunter rauf, unten drunter rauf oder rein und rauf. Das ist die Marke hier um die 1,17,5, 1,17,6,7 in diesem Drehbereich. Der hat gut gesorgt für Schub nach oben. Das ist Vergangenheit. Was jetzt hier viel, viel wichtiger ist und das ist schön zu sehen. Wir stehen hier oben am Hoch, am Spike hoch, das wir hier gehabt haben, um die Marke von 1,19,12. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz in der kleinen Zeiteinheit an. Wir gehen hier mal in den Stundenchart rein. Hier müssen wir einfach ein bisschen näher ran. Und da sehen wir es schön, was hier auch passiert. Jetzt schaut mal, hier auch wieder so ein kleines Verharren unter dem Widerstand. Und jetzt kommt so richtig Kaufdruck, Kaufdynamik rein. Also auch hier, Fund Schweizer Franken sieht sehr, sehr dynamisch zur Oberseite aus. Und wenn sich das Ganze hier nach oben fortsetzt, es schaut ja so aus, als wenn wir jetzt tatsächlich hier oben drüber nehmen. Dann mit Carajo am besten, mit Dynamik. Das sind die besten Setups, die hier laufen können, das Ganze nach oben reinzunehmen. Und wenn wir das jetzt mal anraffen, noch ein bisschen, um zu schauen, wo wir in der Stunde hinlaufen können, das sehen wir auch relativ gut. Der nächste Marker, den wir da haben, ist hier oben die 1,20. Beziehungsweise, wenn man es auf kleinere Bild mal runterbringen will, hier unten, hier in diesem Bereich, haben wir noch was liegen. Hier um die 1,19.65, das ist dieses kleine Hoch hier drüben, wenn wir hier ordentlich durchkommen, sind das mal die Marker, die wir auf der Oberseite haben. Das heißt, wenn das jetzt genommen wird, ist Luft zur Oberseite. Also auch hier, Fund Schweizer Franken zur Markteröffnung mit einem äußerst bullischen Szenario. So, das wäre da. Dann habe ich eine Frage zum Euro-Japanischen Yen. Schafft der Euro-Yen aufgrund des positiven EU-Gipfels die Oberseite in 4 Stunden, den Aufwärtstrendkanal zu durchbrechen? Ich gucke mir das Ganze mal ganz kurz an. Ob er es schafft, weiß man natürlich nie. Aber am Verhalten der Marktteilnehmer können wir ja schon sehen, ob eher Druck nach oben da ist oder nicht. Und das gucken wir uns an. Und das macht sich auch oft am besten in den etwas kleineren Zeiteinheiten. Gerade, wenn man nur den Ausbruch traden will und relativ nah am Markt sein will, ist das natürlich ein sehr, sehr hervorragendes Teil. Aber der 4-Stunden-Chart ist schon mal eine schöne Richtung, um das Ganze vorzugeben. Euro-Japanische Yen mache ich dann auch gleich mal im... Moment, jetzt muss ich es bloß raussuchen. Da ist er offen. Das Ganze raus. Das mal die Stunde. Ich gehe mal kurz, weil die Frage gestellt war aus den 4 Stunden. Also was wir hier gemacht haben, ist, wir sind ja schon definitiv aus dieser Sidebats-Range ausgebrochen. Das ist ja ganz klar da. Ja, das sehen wir hier auch. Wir sind noch mal kurz in den Ausbruchsbereich rausgekommen. Und dann hier auf dieser Stelle schön nach oben zu laufen. Und das ist jetzt an dieser Stelle interessant zu sehen. Hier auf diesem Punkt, was hier oben passiert. Das sehen wir auch im 4-Stunden-Chart. Ne, das ist ja der 4-Stunden-Chart. Das sehen wir auch schön im Stunden-Chart, haben wir gerade gesehen. Schaut mal. Das, was wir hier oben haben, das ist momentan ein bisschen der Deckel. So, und wenn dieser Deckel nach oben rausgenommen wird, dann haben wir wirklich eine richtig, richtig gute Chance, zur Oberseite rauf zu laufen. Und hier den nächsten Bereich um die 123,6 mit rauf zu gehen. Und das ist schön zu sehen. Sehen wir auch hier im Stunden-Chart, dass der Markt doch eher nach oben will. Er hat sich noch nicht ganz gelöst. Das sehen wir auch, aber wir sehen hier, der Markt will eher hoch, als es runter wollte. Und deswegen fliegen wir hier oben drüber. Ist das genau das Zeichen, was wir brauchen, dass der Markt nach oben will. Und wir sehen es hier auch im 15-Minuten-Chart. Er wollte von oben mal kurz runter und jetzt läuft er wieder hoch an dieser Stelle. Und das wird sehr, sehr interessant zu sehen. Wir sind hier auch an einer schönen Verortung hängen geblieben hier unten. Das ist so ein kleiner Mini-Mini-Support-Bereich. Und wenn das wirklich zu einem schönen Kaufbereich wird, dann könnte das die Basis sein, den Markt nach oben zu bringen. Fallen wir drunter, zeigt uns der Markt hier allerdings auch Opala. Achtung, erstmal nicht nach oben, sondern zur Unterseite. Das kann natürlich auch passieren. Aber das ist das, wo wir einfach jetzt ein bisschen lesen müssen. Wichtig ist, die Marke oben drauf zu betrachten. Hier dieses Level. Wenn es da drüber geht, haben wir richtig gute Chancen, dass wir das Zwischenhoch hier um die 122,974 rauszunehmen. Und damit sind wir dann schön auf dem Weg zur Chart-Oberseite. Das Ganze hier. Ja, auch nochmal das Thema EU-Gipfel und Japan. Das ist die Frage. Ich persönlich denke, es wird für die europäische Wirtschaft deutlich mehr Auswirkungen haben, wenn das Thema Export nach Japan wieder deutlicher in die Spur kommt. Wir exportieren ja auch nach Japan. Wenn das anspringt. Das heißt, ich denke, in Relation zu Japan wird jetzt der EU-Gipfel nicht ganz so gravierende Auswirkungen haben. Das ist eher, sag ich mal, innerpolitisch in der Eurozone zu machen. Dass man einfach sieht, die Länder wieder in den Tritt zu bringen. Dass die es schaffen, die Krise zu, ja sag ich mal, besser zu durchstehen. Und dann die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und damit ist ja jedem geholfen. Ob das jetzt direkt Auswirkungen auf Japan hat, ich glaube es bald nicht. Weil das hat dann eher was mit dem Import-Export zu tun. Und da klemmt es ja momentan jetzt auch an den Sachen, die in Japan passieren. So, das wäre dazu Euro-Japanischer Yen. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Euro-Britischer Fund. So, okay. Euro-Britischer Fund. Und dann haben wir kurz noch Gold. Holger, du hast noch nichts zurückgeschrieben zum Euro-Britischen Fund. Ich kann die Frage nicht verstehen, was du mit HC meinst. Kannst du das bitte noch ergänzen? Wenn nicht, dann wäre das leider nicht zu beantworten von mir. So, da schauen wir mal kurz auf Gold. Und dann haben wir noch eine Frage, warum die Trefferquote der hier vorgestellten Währungspaare im Moment so gering ist. Auf die Frage gehe ich gerne auch gleich nochmal ein. Wir schauen zunächst allerdings auf den Goldpreis. Und hier sehen wir beim Goldpreis auch wieder gerade das Verhalten. Indizes steigen, Gold steigt. Genauso haben wir ja auch die Relation momentan im Bereich Euro-US-Dollar auch zu den Indizes. Das steigt ja auch mit nach oben an. Und wir sehen hier schön den Ausbruch gerade durch die Oberseite. In den letzten Stunden haben wir es angelupft. Jetzt bricht der Markt nach oben raus. Wir haben auch positives Bild im DAX. Ich schalte mal ganz kurz rüber in den DAX. Hier sehen wir, der DAX zur Markteröffnung läuft jetzt auch wieder schön nach oben. Und Gold zieht in dieser Richtung auch mit rein an dieser Stelle. Das heißt, wir blicken mal kurz in den Goldschad auf die Oberseite mit drauf, wo die nächsten Punkte liegen. Weil, wenn wir uns das mal anschauen, wir sind ja hier definitiv auf Jahreshoch. Machen neue Kurse. Das heißt, um mal zu schauen, wo es hingehen kann, wo die nächsten Marker liegen. Da müssen wir schon mal hier so ein bisschen den Monatsschad mit auf die Liste nehmen. Und da sehen wir halt, wir stehen halt momentan so hoch wie, jetzt muss ich mal ganz kurz das Fadenkreuz befragen. Wir stehen aktuell so hoch wie seit, wo war es gewesen, seit September 2011 nicht mehr. Und wir sehen es hier drüben, die nächsten Anlaufpunkte, die haben wir mal locker bei dem Bereich 1900. Das heißt, wenn die Dynamik hier tatsächlich schön rangeht, wir können hier leider in dem kurzfristigen Bereich nicht auf Chart-Historie jetzt zurückgreifen. Dass man einfach mal sagen kann, wo sind denn im Stundenchart schöne Bilder mit drinnen. Aber wir versuchen trotzdem mal ganz kurz eine kleine Indikation zu machen. Nämlich mit einer kleinen reinen Spiegelung von dem, was unten rausgekommen ist. Wartet mal, ich nehme es mal ganz kurz raus. Raff den Chart mal hier ein bisschen kleiner, dass wir hier ein bisschen mehr Platz zur Oberseite mit haben. Und dann mache ich einfach mal hier, schaut es euch mal an, das Letzte, was hier gekommen ist. Wir sind ja hier nach oben reingelaufen, sind dann in die Korrektur gegangen und haben dann nach oben rausgenommen. Und wenn wir mal das Stückchen aus der Korrektur heraus jetzt erstmal hier nehmen, was hier gekommen ist und das oben draufsetzen, dann sehen wir, dass zumindest kurzfristig mit der Spiegelung von unten raus Luft wäre hier bis in den Bereich von, naja, 1826, 1827 Punkten in diesen Bereich rein. Das ist das, was wir zur Oberseite jetzt sehen. Wichtig wäre es jetzt hier zu schauen, was passiert hier am letzten Stunden hoch. Gehen wir ein bisschen runter, wie schon gesagt, das Ausbruchslevel haben wir ja hier unten an diesem Bereich. Also hier, das ist in etwa das Ausbruchslevel, die 1820. Dann schauen wir uns das Ganze mal kurz im 5-Minuten-Chart an. Und da sehen wir nämlich hier stark diesen seitwärts laufenden Bereich hier an dieser Stelle. Wartet kurz einen Augenblick, mal ein bisschen die Größen anders machen, das sehen wir genau. Und wenn wir jetzt die Korrektur sehen, dann sehen wir eine Gegenbewegung. Und da wäre es interessant, rein aus technischer Sicht, was macht der Markt bei 1820? Vielleicht kommt man dort nochmal rein. Der Ausbruch ist auf alle Fälle da. Das Ausbruchslevel anzutesten ist ein normaler Bereich. Also das heißt, Ausbruchslevel erstmal hier im kurzfristigen kleinen Bild aus dieser kurzen Seitwärtsphase hier um die 1820. Wenn wir ein bisschen tiefer unten in die Korrektur reingehen, wäre es wichtig, das größere Ausbruchslevel hier um die 1818. Das wäre sehr interessant. Und wenn wir da plötzlich auch wieder Kaufinteresse reinkommen, dann kommen wir aus einer ganz tiefen Korrektur zur Oberseite. Und das wäre sehr, sehr spannend zu sehen. Hier mit Blick auch in den Gold. Aha. So. Gut. Also, jetzt habe ich noch kurz die Info, die Divergenz im Stundenchat. Ob es da was gibt im Euro-Britischen Fund. Das schauen wir uns kurz an. Und danach gehe ich noch auf die Frage ein mit dem Thema der Trefferquote bei den Währungspaaren. Aber erst nochmal kurz auf das Währungspaar britischer Fund. Was war es gewesen? Euro-Britischer Fund hier an dieser Stelle. So, Euro-Britischer Fund. Hier haben wir es da. Das, was wir sozusagen im Stundentrend sehen, der Markt ja sehr, sehr stark nach unten gelaufen. Nach dieser schönen Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Wir schauen uns das Ganze kurz im Tagesschart an. Im Tagesschart sehen wir, wir haben hier einen Aufwärtstrend ganz klar da. Was wir allerdings sehen, ist hier die Tatsache, dass wir ein zwischenzeitliches, tieferes Hoch gesehen haben. Da kann man jetzt noch nicht genau sagen, ob es das gewesen ist oder nicht. Aber es ist immer mal so ein kleines Achtungszeichen, dass man aufpassen sollte, dass es doch nicht Friede, Freude, Eierkuchen einfach nach oben geht, wie wir das hier drüben gesehen haben. Und dieses Durchatmen könnte dazu führen, dass wir einen neuen Schub nach oben bekommen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz im Stundenschart auch entsprechend an. Ich nehme mal kurz die Trenderkennung hier raus. Da sehen wir an diesem Punkt nämlich ein wichtiges oder ein gutes Verhalten an diesen Stellen. Wir sehen hier den Aufwärtslauf nach oben und dann den Bruch dieses Bewegungstrends. Und jetzt das starke Durchatmen und was für mich jetzt ein Indiz dafür wäre, ob wir mittelfristig eher die Oberseite beleuchten wollen oder nicht, wäre mal das Verhalten des Marktes hier. Weil dieser Abwärtsschub, den wir hier nach unten gesehen haben, dieses Durchatmen spricht eher gegen eine einfache Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Das spricht eher dafür, dass das Währungspaar schwach wird und diese Unterseite entsprechend auch anlaufen wird. Und da haben wir jetzt nochmal einen Testbereich an dieser Stelle. Hier unten die Marke von 0,90 britischen Pfund. Da wird es dann interessant, wenn wir hier tatsächlich einen Abprall sehen sollten, dann haben wir die Chance nach oben reinzulaufen. Das heißt, das wäre für die kurzfristigen Trader dann durchaus interessant, die Oberseite anzulaufen. Hier haben wir dann auch die Zielmarken oben drinnen auch liegen. Das nächste nach oben wäre mal hier dieser Drehbereich, der letzte Testbereich hier um die 0,90, 0,44. Geht es aber deutlich tiefer, dann mehren sich so ein bisschen die Risiken für die Longseite immer weiter. Und dann wird es natürlich wichtig, was passiert hier unten, wenn wir tatsächlich die 0,89, 0,38 unten auch rausnehmen. Wir sehen es, da ist schon viel da. Das heißt, solange wir die Abwärtsdynamik hier nicht rausnehmen, vielleicht einen kurzen Abprall nach oben laufen und dann wieder nach unten, kann man im kurzfristigen Bereich durchaus die korrektive Ausdehnung des Tagesscharts treten. Also das heißt, da haben wir die Korrektur in der Stunde, die nach unten läuft. Aber der Tagesschart ist halt noch aufwärts gerichtet und gerade in seiner korrektiven Phase. Und wir wissen ja, dass wir in den korrektiven Phasen immer wieder die Chance haben, in tiefe Korrekturen reinzulaufen. Und hier hatten wir halt erst zwischendrin den Support-Bereich um die 0,89, 0,38. Aber man muss schauen, ob es wirklich nach oben geht. Rein technisch gesehen, es pendelt immer so ein bisschen. Und wir haben halt hier wichtige Marke an dieser Stelle, wo wir sehen, naja, es ist nicht so gut mit der Aufwärtsseite. Und hier haben wir doch dann das Risiko, dass wir eher den Markt wieder nach unten anlaufen und erst einmal hier in 0,88, 62 mit reinlaufen. Ju, das an dieser Stelle zum euro-britischen Fund. Und dann möchte ich gerne noch mal kurz auf die Frage eingehen zum Thema der Trefferquote in den Währungspaaren. Wir haben seit geraumer Zeit, um das mal genauer festzulegen, seit dem Zeitpunkt, als die US-amerikanische Zentralbank hier massiv auch mit einer Ausweitung von Kreditprogrammen begonnen hat, den Markt global zu stützen, haben wir in meinen Augen keinen richtig echten Markt mehr mit richtig echter Angebots- und Nachfrageseite. Das heißt, die Zentralbank, also die FED, pumpt sehr, sehr viel Geld in den Markt, stellt auch Kredite für andere Länder sozusagen entsprechend bereit. Die können sich bei der FED direkt Geld leihen, wo man vorher sozusagen das Ganze über den Währungsmarkt gesteuert hat. Das heißt, wenn man Geld gebraucht hat, hat man einfach Positionen geändert und dann ist man an Kapital entsprechend rangekommen. Das ist jetzt so ein bisschen anders geworden und wir sehen momentan viele, viele Währungspaare in Seitwärtsphasen. Beziehungsweise wir sehen es auch sehr, sehr stark, Ausbrüche aus, sag ich mal, Kaufbereichen werden kurz angetriggert und laufen dann wieder nach unten raus. Das heißt, aktuell ist es, sag ich mal, für das längerfristige Trading, das heißt, wenn man einen Swing Trade mal über ein paar Tage mitnehmen möchte, die Trefferquote deutlich nach unten gegangen. Die kurzfristigen Sachen funktionieren weiterhin relativ gut, aber das sind dann wirklich die kurzfristigen Sachen, wo man einfach schaut, was passiert hier beispielsweise an diesen Support-Levels. Da kommt der Markt von unten raus und läuft nach oben. Hier haben wir auch eine Aufwärtstrendfortsetzung gehabt, wie wir es gerade beispielsweise im Euro-Britischen Fund sehen. Aber wir sehen, während das hier drüben dazu geführt hat, dass sich der Trend nach oben fortgesetzt hat, ist es hier überhaupt nicht dazu gekommen. Hier hat sich der Trend nicht direkt fortgesetzt, sondern hier laufen wir nach oben. Und dann sehen wir hier jetzt schon wieder die Umkehr unter sehr, sehr starken Trefferquoten. Und das wird sich meiner Meinung nach erst dann ändern, wenn wir wieder in dieses ganz normale Fahrwasser zurückkehren, was wir am Währungsmarkt gehabt haben. Das heißt, aktuell ist es faktisch so, die Trefferquote ist hier eine bestimmte Art der Trades relativ gering, weil wir einfach die Kurzfristigkeit der Märkte haben. Wir haben nicht mehr diese schönen laufenden Bildungen hier, wie wir es von hier unten gehabt haben. Das war mal eine Phase, da konnte man wirklich ein Stück weit nach oben laufen. Aber wenn man jetzt sozusagen aus den Korrekturen nach oben treten will, man sieht, die hohen Volatilitäten bringen den Markt immer wieder in Seitwärtsphasen rein. Dann wird die Seitwärtsphase mal genommen, ein Stück nach oben, dann bricht es wieder in sich zusammen. Und jetzt kommt der Druck nicht oben richtig raus, sondern es wird immer wieder die Kurzfristigkeit gesucht. Und dann werden halt Gewinne auch mal relativ schnell mitgenommen. Das ist ein Phänomen, was wir hier momentan haben. Und da muss man als Händler sozusagen auch hinschauen. Es gibt immer wieder Chancen, deswegen stelle ich die hier an dieser Stelle auch jeden Morgen vor. Man muss halt jetzt halt wirklich aufpassen, nicht zu lang zu planen. Also das heißt, wir sehen es ja auch hier. Wir haben die weiten Ziele ja auch da. Es ist ja nicht so, dass wir diese nicht haben. Die Frage ist halt nur, finden wir wirklich mal dynamische Phasen, die weit genug laufen, um auch die langfristigen Ziele mit draufzunehmen? Oder aber haben wir eher das kurzfristige? Und wer sich da ein bisschen umstellen möchte, das habe ich inzwischen auch gemacht, mit mehreren Zielen zu arbeiten. Das heißt, dass man Teilziele auch macht und sich sagt, okay, wenn wir jetzt so ein Umkehrsignal haben, dass wir hier beispielsweise, ich bleibe gleich mal bei dem Währungspaar Euro britischer Fund und ich gehe einfach mal kurz hier aus dem Tagesschart raus. Also ich bleibe mal im Tagesschart drin oder vom Tagesschart aus. Wenn wir hier einfach mal schauen wollen, was haben wir denn an wichtigen Markern auch mit drinnen? Dann haben wir hier die Situation gegeben, wartet mal kurz einen Augenblick, ich mache mal das Zeichentür wieder an, dass wir sozusagen, schaut es mal an, wenn wir hier unten schön rausgekommen sind, dann haben wir doch planbare Marker. Wir haben einen hier, wir haben einen hier oben, ja, das sind so Marker, die wir gut im Tagesschart erkennen können. Und das sind so Anlaufpunkte, dort einfach zu sagen, okay, wenn wir unten rauskommen, das bekommen erstes Ziel hier und wenn wir wirklich gut laufen, beispielsweise das zweite Ziel hier oben, dass man sich im Trading Setup ein bisschen anpasst. Das heißt, die Grundlage, die Initialzündung, die funktioniert ja weiterhin. Die wird aus dem Chart auch gut rausgehoben. Und wir müssen aktuell uns halt ein bisschen auf diese starken, schnellen Richtungswechsel einstellen. Und das kriegt man halt nur hin, indem man dann beispielsweise entweder komplett mit kleineren Zielen arbeitet oder aber sich sagt, okay, wir müssen mit näheren Zielen und vielleicht einem weiten arbeiten, damit man sich immer noch die Chance auf dem hat, dass wenn man mal weiterläuft, dass man das weite Ziel auch mitnehmen kann und das in diesem Wege zu machen. Das ist momentan leider in meinen Augen nicht anders umsetzbar, weil wir halt überall in den Märkten sehr, sehr häufig wieder Seitwärtsphasen finden, die sich hier nicht so einfach auf dem Markt auch auslösen. Aber wir haben halt die Chance, dass sie sich auflösen. Und diese Chance müssen wir Trader halt immer auch mit sehen, dass die entsprechend auch kommt. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen sozusagen oder konnte ein bisschen Einblick bringen. Wir werden am Freitag auch mal noch kurz auf die aktuellen Verortungen der großen Währungspaare gehen, wie die Phasen momentan auch ausschauen, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Und das mache ich aus dem Grund, damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle selbst in die Lage kommen, zu schätzen, okay, was habe ich denn jetzt hier für ein Währungspaar? Wie läuft dieses Währungspaar? Haben wir ein hochdynamisches, trendiges Währungspaar? Oder haben wir hier auch eher eine Seitwärtsphase? Und immer dann, wenn wir in den Seitwärtsphasen drinnen sind, dass man dort vielleicht andere Level mit angibt, beziehungsweise mit diversen Zielen arbeitet. Das ist das, was, glaube ich, momentan ein gangbarer Weg ist. Und irgendwann wird die Phase auch vorbei sein. Aber das gehört zum Trading einfach dazu. So, an dieser Stelle danke für die Zeit, heißt an dieser Stelle, danke für das Zuschauen, danke für die vielen Fragen heute wieder an dieser Stelle. Und ich sage, bis morgen, 8.30 Uhr, blicken wir wieder rein in die Märkte mit ein paar Handelsideen. Blog-Eintrag gibt es vorher bis dahin allen einen schönen Handelstag. Und wer mag heute um 12.30 Uhr, wie immer, den Wall Street Traders Lunch von mir mit anschauen auf meiner Facebook-Seite. Ich habe hier den einen oder anderen schon dabei, der mich deswegen gefragt hatte. Deswegen gerne auch dort mit rein. Kurze Einschätzung dann auch zu den US-Indizes. Bis dahin allen eine schöne Zeit und tschüss. Danke.